Verwende ein E-Mod, nachdem du einen Benzinkanister oder eine Zappsäule zerstört hast. Also ich würde euch empfehlen, zum Beispiel hierher zu gehen beim königlichen Zwischenstopp. Hier findet ihr jede Menge Benzinkanister. Ihr könnt aber auch hingehen zu jedem Ort, wo ihr wollt, wo ihr Benzinkanister oder Tankstätten findet. Schießt jetzt zum Beispiel hier auf den Benzinkanistern. Sobald die explodiert sind, setzt den E-Mod ein und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.